Musik Herzlich Willkommen im Musikhaushalt Brunnen. Mein Name ist Jürgen Reinhardt, Hans Martin Schmidt, Gerald Martin, Joachim Schmidt und Caruso. Das Musikhaushalt Brunnen besteht seit 20 Jahren und wir haben es geschafft, uns als größtes Musikhaus hier in der Region zu etablieren. Ob Einsteiger, Hobbyspieler oder Profis, Orchester, Bands, alle werden bei uns fündig. Wir haben eine große Auswahl an Streichinstrumenten wie zum Beispiel Violas. Musik Wir haben hunderte von Takaschen-Instrumente wie zum Beispiel die Cajon, die sehr gern im Unplugged-Belleich gespielt wird. Wir haben alle Arten von Blasinstrumenten für Holzbläser, für Blechbläser und auch im Elektronik-Belleich sind wir sehr gut aufgestellt. Bei den Tasten-Instrumenten reicht unsere große Auswahl vom E-Piano über das Klavier bis hin zum Konzertflügel. Wir verkaufen nicht nur Musikinstrumente, sondern wir reparieren sie auch und zwar in unseren hauseigenen Meisterwerkstätten. Wir haben vier Klavierbauer, die vor Ort bei unseren Kunden das Klavier stehen. Teil des Musikhauses ist auch unsere Musikschule. Wir haben 20 Lehrer, die 400 Schüler bei uns unterrichten. Und ein besonderer Service ist für Anfänger und Wiedereinsteiger, dass wir unsere Instrumente auch verleihen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020